Willkommen bei Lightspeed. Mein Name ist Nico. In diesem Video spreche ich über die Vorteile von Lightspeed Payments und darüber, wie unsere integrierte Zahlungslösung die Erfahrung ihrer Nutzer und Gäste verändern wird. Lightspeed Payments ist eine integrierte Zahlungslösung, die Ihnen mehrere Vorteile bietet. Erstens gibt es eine nahtlose Integration zwischen Ihrem Lightspeed Kassensystem und einem modernen Zahlungsterminal, ein Kernbedürfnis eines jeden Gastronomen. Die Integration ist mit drahtlosen Zahlungsterminals möglich. Die Integration bringt Komfort, spart Zeit und reduziert menschliche Fehler. Zweitens bringt die Integration die Transaktionsdaten in das Kassensystem, die im Berichtsbereich angezeigt werden. Das bedeutet, dass Sie alle Kassensystemdaten an einem Ort haben, dass Sie die Geldbewegung schnell sehen können und dass Sie Zeit sparen, weil Sie keine Tagesabschlusszählung für Ihr Zahlungsterminal durchführen müssen. Aber auch für Szenarien, die einen nicht integrierten Workflow erfordern, haben wir eine Lösung für Sie. Lightspeed Payments ist eine PCI-konforme Lösung, die den höchsten Sicherheitsstandard für Zahlung bietet. Die Transaktionen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, was bedeutet, dass niemand außer dem Zahlungsanbieter, der gerade an der Transaktion beteiligt ist, auf Sie zugreifen kann. Darüber hinaus sind die Kontonummern der Kunden tokenisiert, das heißt eine eindeutige Zahlenfolge, Token, wird während der Transaktion als Ersatz verwendet. Dadurch kann die Kontonummer nicht von externen Parteien abgefangen werden. Werfen wir nun einen Blick auf die operative Seite von Lightspeed Payments. Lightspeed Payments bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, Ihre Terminals zu nutzen. Integriert oder nicht integriert. Beginnen wir mit dem integrierten Modus. Wir wählen einige Artikel aus und können nun auf die Zahlungsseite wechseln. Hier können Sie Lightspeed Payments als Zahlungsmethode auswählen und auf Bezahlen klicken. Der Betrag wird direkt auf dem Zahlungsterminal angezeigt und Ihr Kunde kann ein Trinkgeld hinzufügen. Diese Trinkgelder hängen von Ihren Einstellungen ab. Sie können entweder einen Betrag senden, in dem das Trinkgeld bereits enthalten ist, den Prozentsatz auswählen, den Sie dem Verkauf hinzufügen möchten, einen benutzerdefinierten Betrag hinzufügen oder Sie für kein Trinkgeld entscheiden. Sobald Sie das Trinkgeld hinzugefügt haben, können Sie die Zahlung abschließen. Wenn die Zahlung erfolgreich war, wird das Ticket automatisch in Ihrem Kassensystem geschlossen. Lightspeed Payments bietet Ihnen die Möglichkeit, Card Present und Card Not Present Transaktionen zu akzeptieren. Was bedeutet das? Card Present ist eine klassische Zahlung mit einem Kunden, der physisch vor Ihnen anwesend ist. Das heißt, Sie können Zahlungen mit allen gängigen Kartentypen Apple Pay und Google Pay annehmen. Card Not Present ist die Möglichkeit, eine Zahlung über das Telefon und online zu akzeptieren. In unserem Beispiel ruft Sie einen Kunde an und Sie müssen die Zahlung vor der Lieferung entgegennehmen. Sie können in Ihrem Backoffice eine andere Zahlungsmethode konfigurieren, die Artikel auswählen und diese neue Zahlungsmethode wählen. Im Modus Card Not Present fordert das Terminal Sie zu folgender Eingabe auf. Die Karten-Nummer, das Verfallsdatum, den CVC-Code. Die Transaktion ist nun akzeptiert und Sie können Ihre Lieferung vorbereiten. Sie können mit Lightspeed Payments auch Online-Zahlungen mit unserer Online-Bestelllösung oder Anywhere entgegennehmen. Ihre Online-Transaktionen werden auch automatisch mit Ihrem Backoffice-Reporting synchronisiert und bieten Ihnen eine Komplettlösung für persönliche, online und telefonische Bestellungen. Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird oder Ihr Terminal sich außerhalb der WLAN-Reichweite befindet, kann eine 4G-Verbindung die Lösung sein, um weiterhin problemlos Zahlungen entgegenzunehmen und automatisch zum WLAN zurückzukehren, sobald es wieder in Reichweite ist. Wir können diese 4G-Daten-Nutzung problemlos als kostenlosen Service aktivieren. Wenn Sie eine Transaktion abbrechen möchten, weil sie angepasst werden muss oder der Kunde seine Meinung geändert hat, können Sie am Kassensystem auf Abbrechen klicken und die Anfrage am Zahlungsterminal wird entsprechend storniert. Sie können sofort eine neue Transaktion erstellen. Wenn Sie eine Transaktion stornieren möchten, weil sie zum Beispiel falsch verarbeitet wurde, können Sie den Beleg der verarbeiteten Zahlung öffnen, auf Stornieren klicken, bestätigen und das Zahlungssterminal erstattet den ursprünglichen Betrag auf die Karte, mit der der Betrag bezahlt wurde. Für die Stornierung einer Transaktion ist keine physische Karte erforderlich. Verwaltung von einem Terminal mit mehreren Kassensystemen Ein Terminal kann von mehreren Kassensystemen verwendet werden. Wenn Sie also ein Kassensystem für die Bar und eins für das Restaurant haben, können Sie das gleiche Terminal für beides verwenden. Mehrere Terminals mit einem Kassensystem Ein Kassensystem kann verschiedene Terminals verwenden. Wenn Sie die Zahlungsmethode am Kassensystem auswählen müssen, zeigt ein Popper-Bildschirm die verfügbaren Terminals an und Sie können dasjenige auswählen, mit dem Sie die Zahlung abwickeln möchten. Werfen wir nun einen Blick auf das Backoffice Ihres Kassensystems. Im Bereich Berichte gibt es zwei Berichte speziell für Lightspeed Payments, den Transaktionsbericht und den Abrechnungsbericht. Der Transaktionsbericht bietet einen Überblick über alle Zahlungstransaktionen mit Lightspeed Payments. Sie können Zahlungen nach Datum, den letzten vier Ziffern der Kartennummer oder der Zahlungs-ID suchen. Die Ergebnisse können weiter nach Zahlungsstatus und oder Kartentyp gefiltert werden. Alle mit Lightspeed Payments durchgeführten Transaktionen werden in diesem Bericht angezeigt. Der Abrechnungsbericht bietet einen Überblick über alle Zahlungstransaktionen, die erfasst und auf Ihr Bankkonto eingezahlt wurden. Eine Abrechnung umfasst eine Kopierung von zusammengefassten Transaktionen. Alle Abrechnungen mit Lightspeed Payments werden in diesem Bericht angezeigt und die Auszahlungen erfolgen ohne die Transaktionsgebühren. Diese beiden Berichte können auch in eine CSV-Detail exportiert werden. Wenn das Kassensystem und die Zahlungsabwicklung zu einer Einheit werden, bieten Sie Ihren Kunden die Karteninhaberfahrung, die Sie erwarten, mit Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort. So haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit, um einen besseren Service zu bieten und mehr Kunden zu bedienen. Mit der integrierten Zahlungsabwicklung eliminieren Sie die Möglichkeit von Fehlern, sodass Sie sicher sein können, immer den richtigen Betrag einzuziehen und mögliche Verluste zu vermeiden. Sie erhalten täglich genaue Berichte über alle Ihre Standorte und sparen so Zeit und Frustration. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Berichten abwägen. All Ihre Zahlungsberichte befinden sich direkt im Backoffice. Der Tagesabschluss wird zu einem reerbungslosen Vorgang, der Ihnen zusätzliche Stunden für nicht kundenbezogene Aufgaben erspart. Dies war unser Überblick über Lightspeed Payments. Wenn Sie mehr über den Bewerbungsprozess und unsere Gebührenstruktur erfahren möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag. Auf Wiedersehen.